Das feier ich jetzt schon. Du bist so ein Idiot. Dann schauen wir uns doch mal an, was hier so passiert in iRacing. Und das Geräusch beim Schalten, das hat ja wieder gepasst. Okay, das holt mich jetzt schon wieder ab. Das holt mich ja jetzt schon wieder ab. Okay. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich für den jeweiligen Fahrer, aber das war ja schon wieder Timing. Zurecht, da würde ich auch lachen. Oh, Lubo. Let's go. Willst du mich verarschen oder was? Bist du behindert oder was? Fährt du mir einfach in die Karre, der Vollidiot. Ich habe so mittlerweile auch das Gefühl, da kann ich mich natürlich täuschen, dass bei Lubo die Leute das mittlerweile schon mit Absicht machen, um diese Reaktion zu provozieren. Also so oft, wie der in solche Sachen verwickelt ist, das ist ja schon einfach ein Zähn. Ich denke, diese Reaktion wird flat sein. Okay, es ist nicht flat. Aber das ist nicht gut. Nicht ganz, würde ich sagen. Oh, wir sind zurück in der Pitlane. Let's go. Oh, oh. Gucken wir's nochmal an. Alter, vor allem, der hat's ja richtig gerammelt. Ai, ai, ai. Was für'n Gris. Ei, 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 ei. Oh, hee, ei. Oh, hee, ho, hee, ho, hee, ho, hee. ARD Text im Auftrag von Funk We'll need to come into the pits for repairs. My P, Alfredo. Whoa, whoa. On your left. Are you kidding me? Are you kidding me? Push, 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 or we'll lose this place. Push, 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 or we'll lose this place. Ja, nee, doch. Also, I can't believe you're after doing that. That is absolutely ridiculous. Stewards have called us into the pits for repairs. Shit. Shit. Whoa, shit. Oh, he's still alive. Nice save. Nice save. Nee, wait, I don't know, I can see. Nice save. Some pose come out. Oh, no. Oh, no. Oh, yes. Oh, no. Oh, yes. Oh, no. Oh, no, 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 no. da destra come un pirla holy shit alter wo kam der denn her war der jetzt mal guck mal weil hier lebt er ja noch also ich meine er hatte ein bisschen geschnitten okay oh ja da ist er abgeflogen dorka madonna porca lo sapevo e arrivato da destra come un pirla adica asta chiar din fata mea desi n-am pace advantage foarte mare ar fi trebuit sa-l depasesc pana acum ce luam pentru best-over take of the season ich hab gedacht er hat viel zu spät gebremst ei karamba wow das war richtig smooth smooth as fuck so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh mein Gott, ich bin so sorry. Das war auch... Instant sorry gesagt, okay. Richtig gut reagiert, denke ich. Wir können ja mal ins Cockpit gehen. Aber ich glaube, das war... Er sieht das ja wahrscheinlich noch... Er hat hier schon vorsichtig gemacht. Aber das war genial. Das war genial. Was? Ich werde hier voll reingefahren, ne? Das ist doch. Poczekam. Trudno, odjadą to trudno. Nie zrobisz bomby to dostaniesz bombę. Jak to są minąci przyjaciele? okay hey carabal okay yellow flag on your left clear left okay come james what's up james why don't you overtake on the outside man baby he's scared ach man junge ich muss mit einem auge die ganze eine scheiß rückspiegel schauen weil der unfähig ist one on the right side you're clear oh na wieso habe ich so wie pech da fahr doch du dumme schweiße ach meine fresse das kann doch nicht sein ja und dann denkt ihr so acc ist schlimm aber dann habt ihr aber wisst ihr wenig vermisse ich vermisse unsere spanische dame lento en pista coche detenido en pista, coche detenido en pista, circula por izquierda hay un incidente por delante, seguid por derecha, circula por derecha aber bei dem geht aber auch hierkisch immer alles überwende vorher por detrás tuyo se produjo un incidente ora, ora, speriamo di, di passare in den about to go green, stay focused orca patto piang cool no, ella, la torca ist das split 1? ich denke, du hast das split 1 mit SOF 4 2, oder? di oh madonna, come on america aber jemand, der darüber lacht, das ist doch schön oh madonna, der ist immer wild nice save car on your left ok, das war gut clear status flow ist aber auch einfach wirklich ein fantastischer nickname möchte ich dir ganz kurz mal sagen also status flow, falls du das hier irgendwie sehen solltest oder so genie marketing, genie status flow no nice save what 10x nix es wird noch jetzt sag mal so, ich bin sehr dankbar, dass... oh, da hat es geteilt oh, links easy gar kein problem joa, ich sag mal so, bei dem hat es nicht so funktioniert the fuck das hab ich gar nicht mehr im Kopf ne, sag mal so, ich bin sehr dankbar, dass... oh, da hat es geteilt oh, links nice joa, ich sag mal so, bei dem hat es nicht so funktioniert ne, hat es nicht, Dwaynesen Dwaynesen ist im Fernsehen und Daniel auch green green stand da kein Name mit bei doch, ich wollt grad sagen on inside forward still there da wurde noch, äh, deine Kamera reingeschnitten den hast du doch nicht, äh, gefangen, oder? doch den hab ich gefangen wieso soll ich den nicht fangen? hallo? scheiß ja nicht blätten still there inside still there still there still there you're clear position 8 get all closed still there still there the first one okay und gleich zweimal und dann so'n Ding? april das fahr ich jetzt schon du bist so ein idiot Du bist einfach nur so ein Idiot, Alter. Dieser Moment war so schön, du bist so ein Idiot, Alter. Oh shit, was mache ich denn hier? Hier geht es mir gerade nicht weiter. Achso, wir fahren ja... Falsche Richtung. Wir fahren ja combined, huch. Ich glaube, da geht es nicht weiter. Oh, fantastisch. Fucking fantastisch. Shit. Oh man. Ich sage es immer wieder, ihr müsst mehr klippen. Das wäre schön. Das sehr. Die nächste, die ich weiß nicht mehr klippen. Lisa Daniel. Ja. Bye. Bye. Ich sage es immer wieder,